Herzlich Willkommen, heute geht es zum Boston, Tag 2 der Landreise, hier werde ich euch die Sehenswürdigkeiten zeigen. Wenn man den Friedensfahrt durchgeht, kommt man zu den Sehenswürdigkeiten von Boston. Boston Freiheitsfahrt. Boston Freiheitsfahrt. Das alte Rathaus von Boston. Boston erinnert ein bisschen an New York. Boston ist eine sehr wunderschöne Stadt mit vielen sehenswürdigen Ereignissen. Wins Market, die erste Meile von Boston. Hier kann man essen, was man möchte. Es gibt viel Auswahl, einheimisches Essen, sehr empfehlenswert. Jungs, die erste Rathaus von Boston. Die erste Rathaus von Boston, die erste Rathaus von Boston. Die Sonnein 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 Du kannst du zurück wenn du willst Ah, true, ich habe Vielen Dank.